Oh my goodness, so ist ein Ausruf, der im Amerikanischen populär ist. Oh my goodness ist auch ein Ausdruck, der manchmal von Deutschen verwendet wird. Oh my goodness heißt ähnlich wie Oh du meine Güte. Vermutlich kommt Oh my goodness wie Oh du meine Güte vom Oh mein Gott, Oh my God. Und es gibt dann zwei Gründe, weshalb man ausweicht. Es gibt ja zum einen unter den zehn Geboten die Aussage, du sollst meinen Namen nicht vergeblich gebrauchen. Wo man eben sagt, aber nur ein Ausruf so Oh my God, dann denkt man, das sei nicht so gut. Und zum anderen auch Atheisten glauben nicht an Gott. Da macht es dann keinen Sinn als Ausdruck des Erstaunens zu sagen Oh mein Gott. Ich verhöre das zweimal wieder, dass Menschen, die sagen, sie glauben nicht an Gott und sagen dann aber doch Oh mein Gott. Also irgendwie mindestens vom Emotionalen ist es reflexartig doch da. Aber viele haben ihre Sprache entsprechend trainiert und sagen nicht Oh mein Gott, sondern Oh du meine Güte. Oder heute gebraucht man auch andere Ausdrücke, die weniger schön sind, eher mit Exkrementen zu tun haben. Und im Englischen gibt es das auch Oh my God, Oh my goodness, Oh du meine Güte. Und Oh my goodness ist vielleicht sehr viel moderner als Oh du meine Güte. Und es wird ja auch abgekürzt OMG, man findet Oh my God oder Oh my goodness. Und das OMG findet man in den Social Medias relativ häufig und das ist einfach ein Ausdruck des Erstaunens. Man staunt und in dem Erstaunen richtet man sich an Gott, Oh my God oder an die Güte, Oh my goodness. Und das ist einfach ein Ausdruck des Erstaunens.